yo was geht ab leute wie ihr in letzter zeit vielleicht mitgekriegt hat werden einige regelrecht von youtube ausgegrenzt oder aussortiert wie man es nennen mag zum beispiel katja krasewitsch hat ihr musikvideo gebrobt und das ganze war aber auf ihrem account nicht mehr möglich da ihr account einfach entfernt wurde ohne strikes wurde der kanal einfach gelöscht weil er gegen community richtlinien verstößt ja da hat sie sich einfach einen neuen kanal erstellt und hat das ganze gedroppt ist dann damit auch in den trends auf 1 gegangen ohne abonnenten das schon heftig muss man sagen respekt auf jeden fall dafür und dann keine ahnung nach einem tag ungefähr wurde das video einfach gelöscht und für das musikvideo hat sie auch 80.000 euro bezahlt so bei meis ist jetzt die geschichte dass er gerade zeit strikes reingedrückt bekommt und ja sie haben jetzt einfach den abo button weggenommen ist schon heftig ich meine es ist ja auch so dass man sich bei youtube einfach an niemanden betten kann ihr könnt eine e mail schreiben aber wann wird darauf geantwortet nach einer woche oder so kriegt meine antwort da kannst du nicht anrufen da kannst kein persönlich kontaktieren da bist du schon echt aufgeschmissen bei dieser plattform und wenn die dich auf dem kicker hat habe ich so am arsch ich habe auf jeden fall gemerkt dass youtube da aussortieren möchte die möchten auf jeden fall nur noch werbefreundliche kanäle haben werbefreundliche videos da die damit auch ihr geld verdienen und die videos die nicht werbefreundlich sind bringt den halt einfach nichts ich denke das ganze wird auch noch viel viel schlimmer wenn artikel 13 kommt das ganze ist jetzt nur von youtube aus aber das wird auf jeden fall noch heftig youtube ist auf jeden fall nicht mit ist was mal ja schreibt mir in die kommentare dass ihr davon haltet dass youtube sich so verändert hat es gibt leider keine alternative wo man derzeit einwischen rüber gehen könnte und dort seine videos ja hochladen könnte wenn mal eine alternative von amazon oder so auf den markt kommen würde ich denke da wurden schon einige mitziehen ich meine wenn die leute mit eine million zwei millionen abonnenten da rüber ziehen zieht es schon einige zuschauer auch mit sich und ich glaube erst dann checken die das jetzt hat youtube einfach diese monopol stellung und die können machen was sie wollen und die leute sind auch noch darauf angewiesen damit zu spielen denn ich denke die meisten sind einfach selbstständig machen nur ihre youtube videos und leben davon und wenn das ganze nicht mehr werbefreundlich ist oder einfach der kanal gelöscht hat dann haben die halt keinen job warten wir mal ab wie sich das ganze noch so gestalten wird ob mois ein abo button wieder bekommt ist schon heftig ich meine dort einfach konkret gegen die leute vorgegangen zum glück ist bei mir nicht so aber das betrifft auch er irgendwelche berühmteren personen diese da auf jeden fall ausgänzen möchten das ist halt das problem an youtube ist einfach nicht mehr das was es mal früher war nämlich broadcast yourself und das ist halt dem das ist halt nicht mehr es ist einfach nur noch macht das was ich euch vorgebe ja ist schon traurig aber man kann es auch bis jetzt in diesem sinne einfach auch nicht ändern warten wir einfach mal auf was die zukunft bringt und ja wenn das video gefallen hat lasst auf jeden fall ein like da ja folgt mir auf instagram und vergesst dich den kanal zu abonnieren